so die letzten beiden videos habe ich auch auf privat gestellt hier gibt es nie wieder content von mir nie wieder wird ein video von mir hier hochgeladen werden egal was noch real passiert durch euch teufel und soziopathen und psychopathen egal ob ihr zur nwo gehört oder auch nicht hier gibt es nichts mehr und irgendwann ist youtube deutschland diese diabolische plattform die dieses land nicht braucht und auch nicht verträgt nicht mehr existent und dafür werde ich verantwortlich sein und wenn es jahre dauert mein wort drauf ihr bezahlt die rechnung dafür für eure grausamkeit eure ignoranz eure null solidarität mit mir und meinem leben und dem leben meiner mutter und euer insgeheim ist das abfeiern was man hier mit mir fabriziert hat in der vergangenheit die letzten zwei jahre bis in die realität des lebens unseres lebens die gesellschaft bezahlt dafür mit zins und zinseszins ich nehme euch eure perverse spielwiese weg auf das nie wieder arglose anständige liebe menschen die hier auch auf youtube versuchten sich selbst zu verwirklichen in ähnliche szenarien geraten wie ich seinerzeit youtube deutschland gehört verboten youtube deutschland wird verboten werden und ich bin die treibende kraft dahinter mein wort drauf ich empfehle mich ende over out für immer und egal was ihr noch versucht in der realität meines lebens ihr werdet scheitern ihr zerbrecht uns nicht ich zerbreche euch wann immer wo auch immer wie auch immer real juristisch und auch physisch wenn ihr vorhaben solltet mich oder mich und meine mutter umzubringen amen